Quatsch, nö, nervös, nö. Sag einfach Loki zu mir, dat ist bequemer. Loki, das ist gut, das kann ich mir sogar merken. Bisschen aufgeregt vielleicht. Und dat hier ist ein Kind. Na, wie heißt du denn, meine Süße? Naomi. Wat denn? Naomi. Du Blach, ich bin 55. Nein, Loki, das ist ihr Name. Ich werde doch noch wissen, wie ich heiße.